Ok, sieht gut aus. LOL, ist einfach noch Goku abgeprallt, ey. Ja, ich kann kaputt machen. Du bist nicht schlecht, aber es ist noch nicht gut. Ich weiß nicht, was es ist, du planst. Aber warum nicht, dass du dein Leben verbringst? Ich will dich töten, auch wenn du versuchen, zu rennen. Flieg rein, bitte. So, erstmal Ausdauer aufladen. Und jetzt kommt Moran! Jawohl! Endlich. Oh, nach der gefühlten Ewigkeit haben wir es geschafft. Oh, yeah, geschafft! Oh, yeah, geschafft! Perfekt! Das ist mein Apprentiss. Oh, dankeschön. Weiter geht's. Oh, meine jesse, harte Scheiße. Oh, nein, nein! Nein, nein! Herr Piccolo! Ok, ich werde euch alle töten. Stop es, Frieza! Oh, nein! Nein! Wie schreit du dich! Du... ... 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 Endlich mal ne epische Umsetzung von dem Super-Sargin verwandeln. Das ist genug, Breezer. Jetzt bin ich tot! Die Geschichte nach diesem Punkt ist richtig. Oh Gott, Goku, schaffen wir das? Oh Mann. Ich werde dich wartet, los geht's. Ja, ist okay. Und du hast nie gedacht, was du getan hast. Au, au, au. Wer, wer bist du? Du solltest nicht wissen, ich bin ein Sandler aus der Erde. Ich bin ein Sandler aus der Erde. Ich bin hier, um dich zu töten. Die Angst, die du hier hast, hat erwacht, hat den legendärer Krieger in meinem Herzen erwacht. Ich bin ein Ghost. Und ich bin ein Sandler. Ich bin ein Jedi. Ich bin ein Besides. Ich bin ein Sandler aus der Erde. In Jersey oder in南殿? Nee, nein. Ich bin nicht am Bad. Ich bin ein Sandler. Ich bin每一個 fewer times. hjälönes. Ich bin ein Team, aber ich bin ich über dabei. Auch wenn man hier dr��st, ist es ein Hardinander Rooster vor. Oh, genau. Ja, so sieht man richtig super Kamiamiha aus hier. Kannst du dir ablernen, Rose. Mach doch. Voll gebämmst, ey. Super, ey. Das war jetzt mal leicht, ey. Das letzte war auch übelst aufregend, nur weil... Das letzte hatte... Das ist mein Freundin. Aber der gute Freezer hat ja einfach nur seine... ...seinen kleinen Finger, sondern machte einmal... ...klack und schon ist die ganze Welt kaputt. Und da kannst du nix machen, kannst du auch nicht abhauen. Das verfolgt dich wie ne übelst scharfe Lenkrakete, ey. Oh man, hier kommen wir endlich mal zum Prolog, ey. Den wir gespielt haben. Das ist mein volles Feuer. Ey, so geil jetzt hier mit Goku gegen den... Wieso hast du es schon wieder auf mich abgesehen, du Horst? Verbrennende Lava. Verbrennende Lava. Ist schon geil, ey, Leute. Stellt euch mal was vor, hier. Ihr guckt Dragon Ball Z, hier die... ...die Serie. Ey, mal seht ihr so random Typen. Ihr, den ihr erschaffen habt, den Charakter. ...und ihr kämpft ihn mit ihm. Geht daneben. Freezer. Ohne Scheiß. Was hab ich gemacht? Ich stand noch da. Okay, dann rennst du halt in meine KMH ohne was, dass dir was passiert. Goku, ich verschaff dir grad so viel Zeit hier. Oh man, ich vercheck noch gar nicht so viel, ey. Ich habe nur ungefähr genug von dir. Ich bin frei. Ey.. Du gehst über Ge走了. Und ich werde dich gut wieder olur. Und auch wie gesagt, dein schaff baixischen Feuerfall. Die Welt, was machen Sie mich denn? Anlas절ged narrator haltets. Was werden wir jetzt sagen? Ich versuchtes Hoytour! Wagst du vielleicht keinen Gotham? Er währt einfach mitten drin ab. Ey, wenn ich hier Abweharen drücke, dann wird passiert nichts ab. Komm her, Hane-Ha! Mann, ich will immer so'n Drehkampf gewinnen, aber ich weiß nicht wie. Komm her, Hane-Ha! Hey! Na, endlich. Verbrenn' jetzt. Ah, okay, er schwebt noch in der Luft. Er lebt noch. Tötet ihn! Was ist denn da? Ich weiß, dass du mehr als das hast. Dankeschön, Vegeta, das war jetzt wohl... Der hat... Oh, du... So'n Sau. Deswegen mag ich den. Was? Das... Das! Ich verstehe. Also, King Kai hat die Dragon Balls benutzt. Okay. I really don't know much about you. But you really helped me out. Let me be the one to finish this though. Thank you. Das Face von Vegeta... Äh, Freeza. Das hat mich voll am Budokai 1 erinnert, irgendwie. Goku always refuses our help. It's just the way he is. Was laberst du für'n Mist, der hätte jetzt... ... voll abgelost, wenn wir nicht dabei wären. Das weiß er. Es ist alles gut, doch. Goku gewonnen. Und endlich ist der Scroll zurück zu normal. Nein, Glück. Still... Ich bin wirklich glücklich, dass Mira nicht interferiert. Du bist richtig. Sie haben es niemals gemacht. Ich... ... kann ich mir vorstellen, was sie getan hätten. Sie sagten nicht, dass sie jemanden, der im Weg stehen wird? Ich frage mich, warum sie diese Zeit nicht rauskommen. Wer weiß. Vielleicht ist es nur ein Wim. Vielleicht. 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 Aber trotzdem, guter Job, ihr zwei. Ja. Danke dir. Der Kampf zwischen den beiden wird angefangen, die Geschichte zu ändern. Aber es ist zu früh für das. Könnte es sein, dass es andere wie sie, die die Geschichte ändern können? Das ist unmöglich. Ich stelle mir gerade vor, ne Leute? Wie geil ist das denn? Wir spielen ein Dragon Ball Spiel mit einem MMO-Style, ey. So. Trunks mache ich jetzt nicht nochmal. Ich muss noch ein bisschen trainieren. Habe ich gemerkt. Ich bräuchte eigentlich auch eine andere Kampfrüstung, aber ich mag meine Kampfrüstung. Und ich weiß, wisst ihr, was ich dann noch probieren werde? Wenn es nicht ist, dann wird nichts aufgenommen. Aber wenn es ist, dann spiele ich nochmal kurz online hier. Woher will ich denn jetzt hin? Da hin. Los geht's. Halt da 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 da. Achso, wir haben schon einen Dragon Ball. Einen Dragon Ball, by the way. Oder? Okay. Guldo, was willst du? Hallo. Du bist ein Zeitschild. Du bist wahrscheinlich richtig stark. Ich spiele Guldo. Ich mache den Einsatztest. Wenn ich bestehe, gehöre ich zur Elite-Truppe. Das wollte ich schon immer. Aber ein anderer Kommentar hat Angst bekommen und ist weggerannt. Darum brauche ich deine Hilfe, wenn ich bestehen will. Okay. Sonderkommando, Aufnahmeprüfung. Besiege die Lappen. Mach mal. Eine kleine Nebenquest für zwischendurch. mit Culdo. Ja. Du bist ja nicht sicherlich. Schwierig, aber du musst du immer sagen, nein? Naja. Bei dir scheinen, G Auton, sag' ich mal los. Dann kann ich doch ganz sicher sagen, was wir nicht zusammenhören. Und wenn wir haben, werden wir von uns bleiben. Deinem ersten Stellanke, das ist meine, der gonna, der großen Dana, der allgemeine Onzeige! Was ist meine? Kapitän Kidio könnte mir noch stärker sein, als ich dachte. Was? Ich bin in Ordnung. Ich weiß nicht, selbst wenn ich den Test mache, kann ich dich aufhören? Das ist ein verweichliches Weichtier. Sieht voll weg. Dann eben. Das war nichts, Guldo. Du hast nichts drauf. Du hast nichts drauf. Du hast nichts drauf. K-K-Kaptain. Die rote Magma, die Ginnabendung! Ich bin in Ordnung, ich bin in Ordnung. Ich bin in Ordnung. Du kannst dich aufhören. Hallo! Ich habe dich erwartet, Nude! Alles klar! Was ist das, was der Lob kann? Was ist das, was der Lob kann? Ich glaube, ich habe noch nichts abgewertet in dem Spiel. Nicht so viel, meine ich. Ich habe noch nichts abgewertet, ich habe noch nichts abgewertet. Wui! Die Klingeln alle so richtig schwul, ey! Gut, gut! Sie macht wirklich gut! Sie macht die Tatsache! Oh Mann, ey, die klingen alle so richtig schwul, ey! Das geht voll ab, ey! Okay, wenn man nicht so schwere Gegner hat, macht das... Wui! Wui! Wir haben nur rumbalanciert, wie so ein kleines Jo-Jo-Bam! Wui! 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 Wie kann ich verloren? Ich bin... Ich bin ein Rekumen! Ja, du stinkst, ey! Vegeta? Vegeta? Was ist das, was ist das? Ich weiß, dass du mehr als das hast. Ach so! Ach man, Meister! Ich versuch doch mal mein Bestes zu geben! Oh geil! Mischkapsel-Apps! Wollt ihr nicht, äh, Piccolo seinhaben? Naja, schwul! Oh, ich hab's freigeschaltet, ich hab's weggedrückt! bist...